Und ich habe folgenden Entschluss gefasst. Welchen denn, Sir? Sie zu feuern? Höre ich richtig? Was sonst, Bruttel? Ich schicke Sie nach Haus. Transportieren Sie Ihren traurigen und philanthropischen Arsch sofort aus diesem Gebäude. Oder ich lasse Sie als Stadtstreicher festsetzen. Was ist passiert? Ich vermute, es war eine Explosion, Sir. Oh Gott, fehlt mir auch nichts. Sagen Sie die Wahrheit. Sehe ich aus wie ein Mensch oder wie ein Freizeitverver? Erklär mir mal, wie kommt so ein fechter Hotel wie du in so ein Läppchen? Herr Bruder, Magier verwandelte mich in einen blöden Gin ohne ein verdammtes, blödes Abschiedswort. Dein erster Flug seit 2000 Jahren. Mach! Dein erster Flug seit 2000 Jahren. Und erster Flug seit 2000 Jahren. Dein erster Flug seit 2000 Jahren. Dein erster Flug ist ja,, dass sie nachher Quartier. Und erster Flug seit 2000 Jahren. Und erster Flug seit 2000 Jahren. Und erster Flug seit 2000 Jahren. Seit dem Herzen Gronkel stattträ stopping, Und erster Flug seit 2000 Jahren. Und erster Flug seit 500 Jahren. Das heißt, wir sind ja.